Hallo, mein Name ist Ewald Heimerl, ich bin Geschäftsführer bei der Firma HEIX. Ob im Beruf, in der Freizeit oder in der Königsdisziplin der Feuerwehr, ist HEIX der Experte für die optimale Kombination an Sicherheit und Innovation. Als langjähriger Feuerwehrmann und Einsatzleiter habe ich mit meinem Entwicklungsteam einen neuen Feuerwehrstiefel entwickelt. Der Feuerhegel, er ist noch leichter, bequemer, flexibler, ansprechender und besser. Feuerwehrleute sind Belastungen ausgesetzt wie Hochleistungsathleten. Deshalb war uns bei der Neuentwicklung die Gewichtsreduzierung sehr wichtig. Schweben kann er noch nicht, aber er setzt neue Maßstäbe. Und mit diesem Leichtgewicht müssen sich alle anderen erstmal hinten anstellen. Sicherheit für den Feuerwehrmann zu bieten, ist unser oberstes Ziel. Deshalb war es uns wichtig, dass wir die Farbe schwarz am Schuh reduzieren und die Signalfarbe gelb hervorheben. Das Ergebnis ist Sichtbarkeit. Stiefel mit einer Mehrschichtenssohle aus Gummi-Piu hatten schon immer ein Problem. Schaffen Sie den Feuerwehrstiefeltest oder nicht? Mit einer patentierten Sohlenentwicklung haben wir neue Maßstäbe gesetzt und einen höheren Schutzstandard geschaffen gegen Feuer und Hitze. Als erfahrener Feuerwehrmann weiß ich sehr gut, wie oft wir uns der Gefahr aussetzen, uns bei Rutschelfällen zu verletzen. Deshalb war uns ein enorm rutschfester Stiefel sehr wichtig, der sicheren Halt und Stand gibt. Ein weiteres Highlight ist unser Schnellverschluss. Der Stiefel ist innerhalb weniger Sekunden angezogen und bereit für den Einsatz. Feuerwehrleute riskieren tagtäglich ihr Leben und Gesundheit zum Schutze der Bevölkerung. Darum brauchen sie den höchsten Sicherheitsstandard. Ich bin stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Und saubequem sind sie auch noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017